Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich ein Aufgebraucht-Video. Und zwar alle Beauty-Produkte, alles mögliche, was ich alles aufgebraucht habe. Jetzt kommt es endlich. Ich habe ja versprochen, dass ich eins mache und jetzt ist es da. Ich bin ja, wie gesagt, wir sind ja im Dezember. Und das soll ja alles weihnachtlich sein. Ich bin nicht so ganz überzeugt von diesem Jokel. Den hat mir, ich glaube, also ich meine, der ist schon älter, aber meine Mutter hat mir den irgendwann mal zu Weihnachten, ich habe ihn halt nie angezogen. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, jetzt für das Video und so ist das irgendwie cool. Komme mir so ein bisschen vor wie so ein Hundehalsband, aber trotzdem, für die Weihnachtsstimmung bin ich heute ein Hund oder was weiß ich, was ich bin. Also ich bin, aber ich finde es trotzdem, wir sind in Weihnachtsstimmung, es ist bald Weihnachten. Und ich habe heute das oben. Gut, ich würde sagen, ich stelle euch einfach die Produkte vor. So, ich beginne gleich mit den Make-Up-Produkten. Das erste Make-Up-Produkt, was ich aufgebracht habe, ist die Essence Lash Princess Mascara. Ich mag die nicht mehr. Ich habe die davor geliebt. Ich weiß nicht, ob es die ist. Ich habe noch eine dritte Lash Princess. Ich hoffe, dass die nicht performt wie die hier. Sie hat einfach, sie war einfach extremst Schmier, also sie hat geschmiert hat sie die ganze Zeit. Also jetzt nicht nur beim, wie ich sie getragen habe, sondern sie war so flüssig. Das heißt, immer wenn ich sie aufgetragen habe, war irgendwo ein Punkt da oder hier. Und dann bei einem Video sogar ist mir, habe ich sogar einen Strich über das ganze Gesicht bekommen. Also ich bin nicht ein Fan davon. Und dann habe ich bemerkt, dass die meisten Waterproof Mascara dann so kleine Stückchen werden. Also dass sie dann so runterbröckeln, wenn man sie runterwäscht. Und das geht halt immer in meine Augen. Und das mag ich auch nicht, weil das ist halt nicht so angenehm, wenn du so Mascara-Stückchen in den Augen hast. Und ja, also ich fand sie, also die erste, die ich hatte, ganz anders performt wie die. Ich weiß nicht, ob das der Produktionsfehler ist, ob ich eine alte hatte. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch eine dritte. Also ich bin gespannt, wenn die jetzt genauso wie die performt, ja, nicht so gut. Wenn sie aber gut performt, werde ich sie auf jeden Fall, ja, werde ich euch das auf jeden Fall mitteilen. Aber die fand ich überhaupt nicht gut, nein. So, dann haben wir ein paar Setting Sprays, die ich aufgebraucht habe. Am ersten haben wir das Revolution Sport Fix. Ich finde das gut, ist ein gutes Setting Spray. Ja, ist ein Basic Setting Spray. Also, ja, genau. Also finde ich, ist gut. Es haben nicht wirklich viele zu sagen. Ich finde es einfach gut. Dann haben wir auch noch das Glow Fix. Ich muss dazu sagen, ich merke jetzt keinen wirklichen Unterschied zwischen dem Sport Fix und dem Glow Fix. Also ich finde, die sind ziemlich, die performen ziemlich gleich. Das hat auf jeden Fall keinen Glow oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen extremen Glow oder sowas merke. Also, no. Aber das stört mich nicht. Also es ist auch so wie so ein normales Setting Spray, ja. Dann habe ich von Essence. Also ein Keep It Perfect Setting Spray. Okay, und ich finde das Setting Spray gut. Was das Problem ist bei diesem Setting Spray, ist der Aufsatz. Der Aufsatz ist extremst aggressiv. Wenn du dir das ins Gesicht sprühst, ist dein ganzes Gesicht so nass und es tropft schon fast drunter. Und du kriegst... Und meistens, wenn du dann zum Beispiel irgendwie die Augen danach aufmachst, habe ich es manchmal in die Augen bekommen. Und das ist halt nicht so optimal. Also ich habe es dann so gemacht, dass ich mir gedacht habe, warum bin ich so dumm. Gib es einfach in das drüber, wo du den Aufspritzer magst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich finde es ja richtig, richtig gut. Das heißt, ich habe dann einfach das dann in so ein aufgebrauchtes Make-up Revolution dann umgeschüttet. Und das hat super funktioniert. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich finde das Setting Spray gut, aber der Aufsatz passt nicht. Er verbraucht ein anderes Setting Spray und dann einfach nur das ins andere reinlernen. Das ist ganz einfach. Also vor allem bei dem Make-up Revolution, das schraubt man dann nur so auf und dann schüttet man es da rein. Also das hat super funktioniert, ja. Also auf jeden Fall, die habe ich auch aufgebraucht. Dann machen wir weiter. Jetzt mache ich weiter in der Skincare-Abteilung. Und zwar habe ich da von Make-up Revolution den Energizing Tonic in Caffeine, in Hazel Extract. So sieht der auf jeden Fall aus. Der ist normalerweise so gelb. Wie sieht man, da sind noch ein paar Tröpfchen drinnen. Aber der ist, ähm, der ist gut. Ich mag, ich mag, ich, diese Tonics benutze ich halt immer vor allem, wenn ich, äh, nach dem Make-up herunter wasche. Weil man ja oft dann doch noch so ein paar Make-up Reste hat, damit man das alles eben gut entfernen kann. Für das finde ich das super, ähm, ja. Und deshalb funktioniert das für mich eigentlich sehr, sehr gut. Also ich bin, ich bin zufrieden. Ja, hat gut funktioniert. Ja, also ich mag die. Also ich, ich weiß, ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin leider kein Skincare-Experte. Das heißt, ich kann euch nicht wirklich sagen, ob das jetzt das Beste für eure Haut ist. Und, äh, I don't know. Ich, wie gesagt, natürlich ist es meistens so, dass wenn du ein teureres Produkt kaufst, dass da meistens mehr luxurious, äh, ingredients drinnen sind. Aber, ja. Also für mich hat es auf jeden Fall funktioniert. Es hat sich gut auf der Haut angefühlt. Ich habe keinen Ausstieg bekommen und ich habe halt schon, würde ich sagen, so im, im empfindlicheren Hautbereich auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ich fand das eigentlich ziemlich gut, ja. Dann habe ich auch noch von, äh, Revolution Skincare und das, äh, CBD Serum Oil. So sieht das aus. Ähm, also ich finde das eigentlich, äh, fand ich das gut. Also es hat, ähm, ja, also ich mag diese Serums von Revolution Skincare. Das ist nicht das Erste, was ich, äh, schon probiert, beziehungsweise auch oft gebraucht habe. Ähm, ich muss dazu sagen, der Geruch ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Favorite. Es riecht so ein bisschen nach, ähm, Pilzen, finde ich. Also ich war immer so, mit meiner Oma, wenn ich, ähm, so Schwammerl suchen gehe oder Pilze suchen gehe, äh, so riecht das ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ob, ich hab, ich, also wie gesagt, ich hab jetzt keinen wirklichen, ähm, Experience mit CBD eigentlich. Also, das ist jetzt nicht ganz so mein Gebiet. Aber es ist ja, es ist ja ur im Trend gewesen. Und, ähm, ich hab mir gedacht, ja, wird schon gut sein. Das wird ja nicht ohne Grund im Trend sein. Deshalb habe ich es eigentlich auch gekauft. Und, ähm, ja, also ich fand es eigentlich gut. Also, ja, also ich fand es gut, muss ich dazu sagen. Ja, aber finde ich gut. Achso, fand ich gut, ja. Dann haben wir auch noch, und zwar ist es von derselben Reihe, und zwar ist es auch von Revolution Skincare, die CBD Rich Nourishing Creams. So sieht die aus. Ich finde die, ähm, so mittelmäßig. Also, ich fand, ähm, wenn du zu viel von der genommen hast, war das, ähm, wenn du sie generell aufgetragen hast, hat es sich angefühlt wie so ein Film, der auf deiner Haut dann entsteht. Ähm, und der war dann halt so wie so matt. Also, ich weiß nicht, ich, also würde ich sie nachkaufen, nein. Ich muss dazu sagen, würde ich den nachkaufen, ja. Würde ich das nachkaufen, ja. Äh, Make-up mäßig, ja, die Setting Sprays würde ich nachkaufen, die Mascara nicht. Äh, und das würde ich, glaube ich, auch nicht nachkaufen. Einfach aus dem Grund, dass, ähm, ich das nicht so, ich fand das einfach nicht so gut. Also, ich meine, also wenn, das hat so ein Film da einfach hinterlassen, das fand ich jetzt nicht so, ähm, nein. Also, das ist, hat sich einfach nicht gut auf der Haut angefühlt und hat sich nicht so angefühlt, als würde es meiner Haut irgendwie jetzt was Gutes machen, muss ich dazu sagen. Deshalb würde ich jetzt dazu sagen, ähm, ja, nee. Also, muss ich jetzt sagen, die würde ich nicht nachkaufen, ja. Aber ich, so schlimm war sie wahrscheinlich nicht, aber, also ich, ich persönlich fand das jetzt nicht so der Hit. Also, es ist wie diese, also ich hab schon mal so eine Creme und so, das ist dann so, ja, nein. Ja, nein, ist die, ist die Antwort zu diesem Produkt. So, nein. So, das letzte Skincare-Produkte, was ich habe, ist von, ähm, auch Revolution Skincare. Und zwar ist es die, äh, Chocolate Palette, also Cocoa and Oat, Cocoa and Oat, äh, Jake Jamie, ähm, Maske. So sieht das leere Produkt aus. So sieht vor allem das Logo auch aus mit der süßen Schokolade. Ich finde, die sind ja ganz, ganz toll, äh, vom Designer. Ich habe alle Jake Jamie Masken. Aber das ist jetzt die erste, die ich aufgebraucht habe. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich finde die gut. Ich, ich finde die, äh, ich fand die richtig, richtig gut. Also, erstens riecht sie so, so toll. Also, ich und Schokolade Masken, I love it. Also, ich finde die richtig, richtig toll. Aber wie gesagt, äh, sie riecht richtig gut. Ich, ich habe aber auch bei der, hatte ich dann nach, so, wenn ich sie oben hatte, also danach, ne, als ich sie runtergewaschen habe, hatte ich auch so, äh, die Haut hat sich urengenehm angefühlt. So auch so, äh, aber ich glaube, sie soll auch so Feuchtigkeitsspendend sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber sie hat sich auf jeden Fall Feuchtigkeitsspendendend angefühlt. Es hat sich, es hat sich frisch angefühlt. Es hat sich irgendwie so, es hat sich so angefühlt, als würde ich den ganzen, den ganzen Mist aus meiner Haut einfach rauskriegen. Ob es das jetzt getan hat, weiß ich nicht. Aber ihr wisst, dieses, wenn ihr fühlt, so, oh, das hat sich jetzt gut angefühlt. Und so war das bei der, ähm, und erster war es eben, es hat so runtergetrocknet und, äh, dann wird das eben so steinhart. Du kannst dein Gesicht dann nicht mehr bewegen. Aber danach, wenn das rund, also, ich fand die toll. Ich fand die richtig, richtig toll. Ähm, also ich muss dazu sagen, äh, das waren ja auch die ersten, ähm, Skincare-Produkte von Makeup Revolution, die ich gekauft habe. Einfach, weil ich aus dem Grund war, so, Jake, Jamie, okay, das ist ein Influencer. Ich vertraue den Influencern, dass sie mir nicht irgendwas Schlechtes für die Haut andrehen. Weil ich meine, das ist ja auch denen ihre Reputation, also, Reputation? 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 Reputation, die auf dem Spiel steht. Also denen ihre, äh, wie heißt, ich weiß nicht wieso, also Reputation. Ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Ähm, die da auf dem Spiel stehen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, also die muss ja dann gut sein. Und dann war auch das Packaging, uh, süß und die Flavors und alles. Und ich so, okay, muss ich auf jeden Fall haben. Ähm, ja, also ich kann die echt empfehlen. Also ich fand die ganz, ganz, ganz toll. Also, ja, richtig, richtig gut. Ähm, und dann riecht sie, oh, sie riecht urgut. Also ich fand sie echt, echt gut. Wie, ich habe ungefähr aus der Maske, habe ich, ähm, fünf, äh, fünf, äh, Anwendungen rausgebracht, wenn das für euch interessant ist. Ähm, ich habe aber auch den Hals mitgemacht. Also das ist vielleicht auch, dass ihr das in Erwägung zieht. Also ich, das ist auch immer wichtig. Der Hals ist auch, sollte auch mit dabei sein. Ähm, und genau. Das heißt, also fünf, fünf Anwendungen habe ich aus diesen, aus dieser kleinen Glaskontainer rausbekommen. Also, ja, aber wie gesagt, ganz, ganz toll. Ich glaube, das beste Produkt, was ich dieses Monat aufgebracht habe, ja. Mein Favorite, yes. Dann haben wir noch zwei Körperprodukte, ähm, und zwar habe ich, äh, das Deo aufgebracht von Balea in Soft Orchid. Äh, das war vielleicht auch so ein Grund, ich wollte das aufbrauchen, äh, weil ich diesen Duft überhaupt nicht mochte. Ähm, ja, es war halt so ein bisschen so, also in Deo möchte ich, möchte ich, dass es frisch riecht. Ich möchte, dass es frisch riecht. Es kann auch fruity riechen und so, das finde ich jetzt nicht schlimm. Aber es soll nicht so nach, also, das kann mein Parfum, kann das machen. Aber nicht, nicht mein Deo. Mein Deo soll, ha, riechen. Und das war eher mehr so, immer so, oh, nein, so, so richtiges, so ein richtiger Blumengeruch, aber kein guter Blumengeruch. Also, nee, also ich war, nee, also das fand ich nicht gut. Also, ich mag die Deos sonst alle von, also das ist jetzt nur Geruch, das Produkt, sonst hat alles performt und die kenne ich ja, die Balea Deos, die finde ich ja auch gut, aber für mich persönlich, der Geruch ist nicht meins. Also, der Geruch, no. Also, aber habe ich, glaube ich, immer ein bisschen mehr benutzt, so, so, jetzt machen wir das schnell weg, weil ich natürlich, ich möchte es natürlich aufbrauchen, weil, ja, so verschwenderisch bin ich dann nicht, dass ich dann sage, es schmeiße ich einfach weg, weil mir der Geruch nicht gefällt. So, so bin ich nicht. Das, das wäre nicht so gut. Und, ähm, deshalb habe ich einfach gedacht, ja, also würde ich das nachkaufen auf keinen Fall, nie im Leben würde ich das nachkaufen. Übrigens, die, äh, Chocolate Palette habe ich sogar nachgekauft. Also, ich habe davon, äh, glaube ich, sogar drei Stück noch von der Chocolate. Ich habe auch noch zwei oder so noch nach, also, ich, I approve, I approve. Wenn ihr seht, also, wenn ich so viele nachkaufe, wenn ich sogar mehr wie ein Produkt nachkaufe, dann ist es richtig gut. Und, äh, gut, das war das zum Deo. Ähm, und dann das letzte Produkt, was ich habe, äh, ist von The Body Shop. Und zwar ist das eine Body Butter in Cactus Blossom. So sieht das Packaging aus. Ähm, ich liebe die Body Butters von, äh, The Body Shop. Das sind die, die ich persönlich benutze. Äh, sind auch meine Favorite Body Butters und, äh, finde ich ganz, ganz, ganz toll gerochen. Also, sie riecht, äh, ist jetzt nichts mehr drin, aber, man riecht ja trotzdem noch den Geruch, der drinnen war. Ähm, sie riecht frisch. Aber ich muss dazu sagen, ich habe noch nie jetzt von The Body Shop irgendeine schlechte Body Butter gehabt. Das ist natürlich auch persönlich, ob man den Geruch und so mag. Aber sonst, also, wenn ihr schon euch überlegt habt, so möchte ich eine Body Butter von, äh, The Body Shop sage ich, äh, go for it. Ich finde sie ganz, ganz toll. Ich finde sie sind auch sehr, ähm, ausreichend, weil die habe ich auch schon länger gekauft. Und, ähm, ja, also ich finde die ganz, ganz, ganz toll. Ich liebe die, äh, Body Butters von The Body Shop und kann ich auch nur empfehlen. Ich weiß nicht mehr, ob es die, äh, ob es genau diesen, äh, Geruch noch gibt, weil da gibt es ja immer Sortimentwechsel und was weiß ich. Das heißt, I don't know, aber, ja, sonst sage ich, sucht euch den Favorite Duft von, äh, dem Body Butters aus. Und, ähm, ja, weil, aber auf jeden Fall, die habe ich aufgebraucht. Gut, meine Lieben, das sind alle Produkte, die, ah, nein, ich habe noch eins. Noch nicht, noch nicht, ich habe noch eins. Und zwar habe ich auch noch einen, ähm, Lip Bon von Balee habe ich aufgebraucht. Äh, die habe ich, das verbrauche ich jetzt natürlich viel mehr in der Winterzeit, einfach, weil die Lippen dann, äh, trockener sind. Und, gerochen hat er so Basic, Basic Lip Bon, würde ich dazu sagen. Nichts jetzt aufregendes, ähm, ja. Aber auf jeden Fall, den habe ich auch noch aufgebraucht. Würde ich genau den nachkaufen? Nein, weil ich halt immer bei Balee einen anderen nachkaufen möchte. Aber genau, die Balee Lip Bon es mag. Ich finde, die sind gut, ja. Gut, meine Lieben, jetzt war es aber alles. Das waren alle Produkte, die ich im, die ich einfach getestet habe. Es war kein wirklicher Monat. Ich werde aber versuchen, das jetzt jedes Monat hinzubekommen. Ähm, wenn euch natürlich auch das Video gefällt. Wenn ihr sagt, das war nicht so lustig, dann machen wir es vielleicht nicht jedes Monat. Aber wenn euch das gefallen hat, würde ich sagen, dass ich versuchen werde, das jedes Monat, ähm, einzubringen in meine Upload-Routine. Ähm, muss ich dazu sagen, ich muss dann auch genug Produkte aufbrochen. Wenn ich natürlich sehe, dass ich nicht genug Produkte habe, dann, ähm, wird es wahrscheinlich nichts. Aber ich hoffe, es waren genug Produkte. Es waren jetzt nicht so, so viele Produkte, aber es waren ein paar Produkte und ich möchte natürlich auch nicht verschwenderisch. Also ich möchte nicht nur, weil aufbrochen, dass ich dann halt nur deswegen alle Produkte, ähm, aufbrochen muss oder so. Also, ja. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass euch, äh, das Video gefallen hat. Und ja, dann irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geht. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Hat euch das Video gefallen? Alles mögliche. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören. Dann könnt ihr mir natürlich auch gerne auf Instagram DMen, wenn ihr mal privat machen möchtet. Was auch immer, schreibt es mir auf Instagram, schreibt es mir auf hier auf YouTube. Ich bin für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!